Jo Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei einer weiteren Folge von JonnyTV und mit dabei ist der Chugga! Der Knoppy ist mit am Start und wir spielen heute ne Challenge, dual. Wir haben Mützen auf, wir sind irre Spinnert. Und zwar ist das ne Challenge Syndicate Games für 10 Punkte. Also jeder spielt sozusagen 5 Runden. Also ich 5 Runden, er 5 Runden. Und oben links ist die Punktzahl von Chugga und oben rechts ist meine Punktzahl. Und der halt zum Schluss dann die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen. Und den Rest ist unser Facecam. Muss diesmal so sein. Und ja, wir haben dafür gemacht, dass der Antra halt immer die Map aussucht. Und wenn es am Ende gleich schon steht, dann kommt irgendwann noch ein Part hoch. Und das machen wir so lange, bis Part 100, bis dann irgendeiner gewonnen hat. Gut, ich würde sagen, damit starten wir mal und Endro! Jo Leute, da sind wir wieder und ich fang an mit der ersten Runde. Ich hoffe, dass wir uns gleich den Punkt holen. Weil, umso mehr Punkte, weil Chugga wird sowieso nicht mithalten. Also hoffen wir einfach mal, dass wir jetzt diese Runde... Du hast den KV, ja. Ja genau, da ist er wieder. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass wir diese Runde gewinnen. Aber wenn ich keine Kisten finde, weil die Map scheiße ist. Aber Chugga muss unbedingt die Map nehmen. Oh ja, mit einem Schwert. Ich glaube, du hast es schon gewonnen. Nein? Doch. Und wenn der Antra jetzt bessere Rüstung hat und so? Was war das dann? Ja. Okay, Rüstung. Oh, das lädt gerade. Das galt noch nicht, ne? Nein, das ist, weil die Welt aufgewollt werden muss. Das auch. Oh mein Gott! Nein! Renn doch nicht weg! Hey, warum stirbt der nicht? Jetzt. Okay, GG. Damit haben wir den ersten Punkt geholt, Leute. Ich kann schon mal einen schönen Einsen schreiben. Und hier kommt jetzt mein Punkt. Bling! Hab ich schon dann eingefügt. Und ja, jetzt wechseln wir uns wieder ab. Ich mach keinen Cut, weil das Tauschen geht ja schnell. Doch, da muss auf jeden Fall ein Cut her. Ja, so viele Cuts, aber... So? Okay, dann geh zu was Syndicate. Was? Ich möchte, dass du die Map... Okay, da war schon mal einen Punkt, Leute. Der wird mich niemals einholen, der Spaß. Schnell. Okay, ich möchte, dass die Map... Muss ich jetzt selber erst mal gucken. Zuckus! Muss doch nicht sein. Dafür muss ich sie ja nicht machen. GG. Ne. Kiste, Kiste. Oh, oh. Na gut, ich hab dich schon gewonnen. Ne? Na, jetzt geh ich den suchen und verhau den. Oh nein. Oh nein. Jetzt geh ich... Da hast du den Schlicks. Oh nein. Ich will den fahren. O, ne. Oh, ne. Die mir bist zu groß. ich hoffe ich hab das gut gemacht mit dem Punkt zu holen wenn ihr mehr so welche Challenges wollt könnt ihr auch mal Ideen in den Kommentar schreiben bleibt auch noch andere Challenges, dann machen wir das auch es kann jetzt schon einen Monat kein Doi mehr und jeden Monat muss mindestens ein Doi kommen also da ich eh immer bei dir bin doch jeden Tag ich dachte ich könnte auch... wo ist denn der... das ist aufschloch ja scheiße ist das du musstest die annehmen ja da geht's schon, wie es einfach nicht hohohoho ich krieg dich, ich krieg dich, ja ich hab Rüstung, ich hab Rüstung, der nicht doch der hat auch Rüstung, aber nicht so gut komm, ooo, ooo, ooo oh, das wird ein spannendes Match, auch, 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 ein Punkt mit Shugger ich dachte schon, ich verkack jetzt aber gut stark, stark Leute, das wird spannender als ich gedacht hab es steht 1-1 aber ihr wisst ja, ich bin ja pvp-meister ich muss hier mehr in die Mitte rücken, Mensch das wird spannender als ich gedacht hab, es steht 1-1 das wird erst beim zweiten, dritten Spiel so spannend so so, ähm ja, Tortuga was, Tortuga? so ein Scheiß, ey, die kenn ich nicht na, umso besser ey, was? na, Gratus, die Scheiß-Map, die wird nicht dran kommen ah gut, dann wird doch nicht dann ich bin Deutscher oder Dessertown dran kommen ich, ey, der hat geschrieben, ich bin Deutscher ich schreib ich nicht ja, Leute, das Problem ist, bei Syndicate muss man mal warten, bis einer angenommen hat das nervt halt aber wenn's so lange dauert, der muss halt cutten ja, das machst du dann einfach so das machst du dann einfach so optimistisch machst du dann einfach so einen Cut rein ja, ja, die hat draufgeklickt, die Bitch die Bitch oh, da haben wir eine kleine Kiste GL okay, die ist nett wollen wir auch GL schreiben, weil sonst bleib ich die schreibst du schon wieder am Ende ich glaub nicht, dass das eine D ist ach, ist mir eigentlich scheißegal, was das ist, weißt du das? da ist noch eine Kiste nein, was ist verprügelt? ich hoffe doch oh, wir haben kein Schwert, wir brauchen ein Schwert, Leute sonst war's das nee, 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 brauchst du nicht natürlich kann man auch mit Hand gewinnen, ne? und wir können mit Enderpull abpauen, das ist schon mal gut natürlich hey, natürlich kennst du die, man äh, ich kenn die wirklich nicht scheiße aber ich kenn die einfach halbwegs so scheiße das war's mit uns das, das sind Enderperks ein Schwert wär so geil jetzt, ey nein, da hast du noch ein Kiste ja nein nein doch, du wünschst mir Glück, Mensch das ist doch eine faire Challenge, okay, ne? ja, ja ich wünschte eigentlich kein Glück so, wo ist sie jetzt, die Bitch werde ich mal das da hinpacken und das dann da hin das nehm dich jetzt mit Bogen weg das wär scheiße nee, ich war das gut ja, du, aber ich nicht ja, gut ja, da ist er noch mal einen Blendgranaten oh, den hat sie erwischt, den hat sie erwischt, oh ja ja ne, den hast du schon nein okay, dann gibt's ein Furzton ja, ich füge das dann alles noch ein mit dem Furzton ach scheiße, Leute, okay, da haben wir den Punkt nicht geholt dann machen wir bei mir nix weil sonst vergessen wir das ach scheiße, Leute wenn Chaka jetzt einen Punkt macht, wird's dann knifflig, wenn er jetzt auch keinen Punkt macht, dann wird's immer noch gefallen nein, nein, ich mach's schon, keine Angst nein, nein doch, der, Chaka, der gewinnt nein, ey, der hat schon noch ein Herz oder so ich hab den Frisch, ich hab auch noch die Chips immer zu so, welche Map? ähm, die Map Dessertown ja, geht ja nicht gut ich weiß schon ich bin die Bigs Map echt? na, mal gucken ich finde, kannst du halt, ey, das ist jetzt hier so eigentlich mehr drin, oder? na klar, Alter, fick dich doch oh, perfekt, ey, da geh ich sofort hin und weißt, Leute, wenn der Angst jetzt keinen Schatz hat, dann zählt das nicht doch, und wie das zählen wird geh ich nochmal vielleicht hierhin schnell vielleicht eine Rüstung oh, perfekt oh oh, unerbogen aber wird ja immer besser, so fast voller Lederrüstung, ey, fett, fett, fett ok, gut, ok, gut das Essen ist mir jetzt erstmal egal da ist er, da ist er wo ist er, ey hier drüben du brauchst gar nicht sneaken, du Arschloch, Alter ich hab's gesehen wo ist der? der ist abgehauen wumhauen ja ey stimmt sogar scheiße, warum sagst du oh ja, da bist du oh, scheiße ja ok, Leute mann bin ich aber auch nicht böse das muss ja nicht sein ey, du hast vergessen mit dem Schelle auf den Hinterkopf zu geben das machst du noch, keine Ahnung da kloppen wir uns mit aufm Bett, ja ok, Leute die Kopfhörern aufsetzt nicht spät, Mann gut, dann gehen wir mal zu Syndicate wieder oh, ja, wahrscheinlich ok, welche Map Floating Island ja ist nicht die beste Map aber immerhin besser als Zirkus oder sowas Ninja Mellon LP kompetent Schwert 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 oder Bogen, Alter Hauptsache Bogen oder Schwert und jawoll, Bogen Leute ihr kennt meine Bogen-Skills denn ich hab gar keine doch nein, ich hab welche oh, schön viele Pfeile ich will jetzt hier nicht runterfallen das wär scheiße Rüstung jetzt warte ich bis der kommt besser ja, der ist unten hat er schon mal ein paar Herzen verloren ok, Leute ich muss mich jetzt etwas konzentrieren weil der hat ein Schwert und ich nicht ja, noch drei Herzen wenn er mich jetzt einmal hüttet war's das ja das wär cool ich geh hoch ich könnte natürlich mit dem Bogen noch wirklich gewinnen, Leute ich hab den gerade am Flug getroffen ey ich hab mal einen Park gesehen von God of War, ne? mhm der ging fünf Stunden lang ne hatte einer fünf Stunden Let's Play ja als nur ein krankes Kind ja, alter der hat das Spiel Let's Play war's in fünf Stunden? hat er's durchbekommen? ja, der hat's naja, gut, das waren fünf und halb Stunden der hat's ja, der leckt, alter ist das unfair hey, warum campen der die ganze Zeit da dieser Hugensohn, Alter du kriegst das auch ein Kreuz du kriegst das auch ein Kreuz noch ne doch diesmal gewinn ich aber hey, was ist meine dritte Runde, ja? noch zwei Runden, alter müssen wir zusammenzählen und bis jetzt steht's ja bis jetzt verliere ich ja ja bis jetzt aber ich war ja auch noch nicht dran wenn du jetzt den Punkt kriegst hast du welche Map? Kratos oh, geil da hab ich schon gewonnen da hab ich schon gewonnen muss ich sein doch und wenn ich auf der Seite spawnen gewinne ich eh immer doch, ist meine Lieblings Map hier ja, nur mit der Gott auf Bauch ist richtig damit kann ich mir mal Zeit lassen annehmen das hat, das hat, das hat, das hat, der hat nichts, der hat... ach doch, der hat nichts wert aber der steht mit... ja, 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 ja so'n Aussach juhu äh, voll eurer zählt nicht? doch das ist unfair und ist das unfair? doch ja, klar ja Glücksmoment, ne? einfach so rumstehen 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 ok, Leute ich wollte das eigentlich nicht machen, Leute diese Folge ich wollte es nicht machen, aber ich muss den Johnny Mode aktivieren jetzt zur Johnny Mode Online auch noch so so, Johnny Mode ist online jetzt kannst du dich wieder verlieren du weißt schon wenn ich nicht... wenn du jetzt verlierst dann hast du schon... ach ne, dann hast du noch Zeit doch wenn du jetzt verlierst und ich dann... ja, komm, Dessertown ja, komm, Dessertown so, Leute, Johnny Mode ist online jetzt geht's los jetzt hören wir uns den zweiten Punkt nach Hause ich höre mir dann den dritten und dann kannst du immer noch genug echt? ja, das ist ja jetzt die vier aber wenn ich dann verliere nicht mehr ne, ne na, wenn du dann verlierst dann hab ich schon gewonnen naja, danke alter Standbild Ficker Mojang Microsoft, ey hör doch auf zu lecken, man! was ist denn das für eine scheiße? ja, bei mir leckt es auch nicht und ich bekomme kein Schwert das ist schon wieder so unfair, Leute eigentlich ist die Challenge auch übel unfair ja, guckt euch das immer an äh, was soll ich mit äh, klingt es aber übel brauche ich nicht doch, damit kann sein Schwert dann auch stärker und dann hörst du und dann hörst du und sogar Bogen, alle aus der kommende Kette zu mir dann war's das für mich so, jetzt kann's ausgehen ich wackele immer zu sehr rum mit der Hand, deswegen treffe ich meistens die so gut mit Bogen ist mir mal so aufgefallen wackele immer so hier rum so wackele immer so rum so so schwert in die Pfote haben wir schon aber wir wollen nicht mehr so, wo ist er? jetzt wollen wir uns holen will ich nicht ich hab Angst ey, wenn der irgendwo ein Sneak dann um den Decke kommt, das zählt nicht nein, das ist alles unfair der steht mit dem Rücken zu dir, Alter das hätte jedes Baby geschafft na, ihr seid so, ne? ey, seh ich den vielleicht durch die Wand? da ist er! da oben, da oben, da oben ich hab ihr gesagt, dass ich auf Gratis gewinnen werde komm, ja du Hungs oder einer wo ist er? hä? da ist er da wo? leise, flüsterer wo denn? wo ist er denn? na super oh, ich bin drüber gekommen hä, na wo ist er denn? da oben da oben da oben da oben ne, da würdest du nicht zeigen da musst du schon reingehen ja, toll, warum soll ich schon reingehen? der kann doch rauskommen immer, immer muss ich rein ey, das klingt bei mir aus oh, hör auf zu lecken, Mann scheiß Spiel setz dir den Helm auf ich muss erstmal gucken, dass er mich nicht verfolgt guck mal wie das leckt bei mir bei dir leckt das gar nicht na, ich weiß noch nicht warum na, ich weiß noch nicht warum oh, oh oh, jetzt hast du ihn scheiße nein 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 ja sagt doch schon die Modus online gut dann, wie steht hier steht es Gleichstand, oder? ne ja doch 2-2 ey, ich hab da noch eine Runde, ne? mhm das heißt, wenn du jetzt verlierst kannst du eigentlich schon mal noch verlieren, ja ja noch ist ein Socken, Leute es steht momentan 3 zu 2-2 2-2, ja so welche Map? ich geh mal da ganz recht Winter, Winter du bist so scheiße, weißt du was? du bist doch scheiße ich schaffe das alle kacklöse ne, mal gucken mhm äh, Leute immer dein spannendes mit eigentlich können wir noch so machen, dass derjenige, der verloren hat, ne Strafe machen muss so ne eklische Strafe irgendwie ja, du darfst mir der Eier lecken geil okay boah, ey noch einen Diamanten, ne? ach, dann wird es nicken ähm, ja genau ähm ja, Leute, wir machen das so, derjenige, der komplett verloren hat, kriegt dann eine Strafe ich hab mir sogar schon ein überlegt und zwar muss dann irgendwas episches trinken mit Kinderriegel drin oder sowas also nicht irgendwie auch noch rauslecken oder sowas ne, das ist ja auch nie eklig, das ist das ist Alltag bei TTV ja, normal Mund wichsens bin ich auch nochmal ne, ich glaub ich muss langsam mal ein Piepton einfügen ne, wär glaub ich nicht so schlauer damit enttäuschter deine auch nicht so viel Effekte einfügen dann mit den Nummern und sowas, ne egal guckst du wie ohne die scheiß Erfahrungsflächen ey, das ist auch kein Schwert, ne? Leute, das könnte das wert, Boids, Baby ey, wenn ihr den mit der Hand kalt macht, ihr müsst wissen, Chuck aus wie viel gut mit der Hand ich, 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 ich kenne die Web auch nicht so gut ich kenne die Web auch nicht so gut ja, ich kenne die Web auch nicht so gut ich weiß nicht, wo die Kisten stehen ich hab mir noch das zu verhindern Rüstung bekommt aber kein Schwert was hab ich jetzt wusste? ach, okay, nur Schuhe oh Leute, das sieht jetzt nicht so gut aus kann ich schon mal nichts eintragen whats up ey, wenn er das noch mit der Hand schafft, dann ist er gut ach, kannst du nicht einfach drüber, oder was? was soll denn das, Mann? oh, meine letzte Runde kommt dann, meine letzte Runde kommt dann ey, wir nehmen schon 15 Minuten auf, was? ist doch egal, oder? ja, das wird halt ein längerer Part mal aber ist halt so ja, ist auch halt ein lustiger ja oder was tolles oh, der Chuck wieder, ne gut, ich bin auch so ständig dabei, aber ich spiel ja nie mit sag mal, sieht man es überhaupt? weil ich sehe das ganze Dunge ich mach da einfach mal, es hilft ein Mensch der geht doch schön der war schon hier überall, ja gut, der fress jetzt das Gehirn hier das ist mir egal, ob ich gleich Hunger habe hä, wo ist denn der Typ? das braucht bestimmt irgendwo einen da mit rumhauen ich nehme hab auch schon wieder ein bisschen zu groß das ist eine Scheiße das neigt bestimmt irgendwo der ist ja bestimmt der ist ja bestimmt der ist nicht da, also ich raste aus ich raste, ey, wieso gibt's scheiße das ist mir egal na, okay, dann war auch schon das ist ja nicht, äh hä das geht aber um ich hab's nur mit den Linealen ja noch da oben ist nix doch, da ist ne Kiste hä ich mann ich bin so ein Trottel supergeil supergeil, äh warum springt es mir egal da gibt's ja durch, ja irgendwo, oben war, glaub ich noch eine Kiste ja, geh doch aufs Dach ja, will ich ja, geht ja nicht halt auch hier durch na gut, da gehen wir jetzt hier durch hinten rum ist einfach mal gewesen ist mir egal ah, ne, ne, hier geh ich nicht rein das ist mir schon mal passiert da bleib ich hängen kann ich da drüber? ne, ne doch ne, da bleibst du hängen ist mir jetzt egal ne, ich geh jetzt wieder raus ich krieg ne Klatsch hier in dem Haus ich hab nix mehr, ne kein Essen, nichts mehr ja, wenn der Typ sich die ganze Zeit versteckt so ein Momo na gut, der ist am anderen, am anderen oh, geh mal in die Mitte geh ich jetzt noch Das ist ein Arschloch, Alter der ist so ne Kiste, glaub irgendwo der ist auch nicht ster- Ahhhh Ahhhh wo ist denn der? dummer Penner, alter Dann wird es spannend, Leute. Dann wird es spannend. Eins, zwei, drei, vier, okay. Ich schon noch eine Runde und dann dann haben wir es, dann werden wir es aus. Gibt es ja gar nicht, Alter. Und dann kommt noch zuletzt die Strafe dran. Wo ist denn das Arschloch, Alter? Schreib zurück. Ey, ich verrecke noch so. Ey, es kann doch sein, dass der Arker... An der alten Hütte, was ist das da, oder was? Ja. Ah, doch da. Ah, der Schwert ist mir so ein Schei. Ja, klar. Das ist mir egal, ey. Ich bumse ihn jetzt einfach. Nö, leck auch nicht. Nö, der ist überhaupt nicht im Boden drin, ne? Arschloch, Alter. Hacko. Komm doch, ey, komm doch. Alter, ey, warum schlägt das mit Schwert, aber es ist dumm? Oh, der ist dumm. Der ist so dumm, Alter. Nimm doch das Schwert in die Hand. Aus so einem Hubsen. Ja, ja. Ey, der lässt sich nur noch töten, Alter. Nein, aber... Alter, der hat sich nur noch töten lassen, Alter. Aber ey, der war am Boden drin, ja? Was ist denn das? Er ist jetzt kein Stand. Ey, der wollte dich zappeln lassen, glaub ich. Nicht so mit Chi-Chi, ja. Ja, der wär bestimmt fast direkt, ey. Der hatte auch noch mal zwei, drei Herzen. Im Boden, Alter. Okay, Leute, das hat etwas lang gedauert, jetzt. Syndicate. Welche Map darf es sein, oder? Wir haben ja fast schon hier durch. Welche hatten wir denn noch nicht? Ja, hier zum Beispiel... Cabern. Na, was war denn das noch mal? Was war denn das denn noch mal? Äh, was war denn das denn noch mal? Aaaaaah! Ne, Mann, irgendeiner, bitte. Bitte. Ah, dankeschön. Nein. Ah, das war die Map. Okay. Machen wir mal nicht dran. Und es geht los, Leute. Hier haben wir eine Kiste, aber kein Schwert. Das könnte wieder für uns scheiß enden. Wenn wir jetzt gewinnen, und der Chakka dann verliert, hat der Chakka schon verloren. Das heißt, dieser Sieg könnte uns den Sieg nach Hause bringen. Und wir haben kein Schwert, das heißt... Aber eine Blendgranate. Und Enderpearl, damit können wir schon mal abhauen. Sehr gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Hier hinten ist noch eine Kiste, das weiß ich. Nein, das sieht sehr schlecht für uns aus. Das sieht sehr schlecht für uns aus. Ja, das sieht so schlecht für uns aus. Wenn der jetzt hier unten langkommt, war es das, dann muss ich... Ah, wäre geil. Äh. Wo ist der? Wie schnell ist er jetzt? Alter. Ey, ist die Kiste unten der? Ich hab Rüstung. Und jetzt noch ein Schwert, das wäre perfekt. Dann würde ich schrisch feiern. Das Problem ist, dass er da hinten ist. Da ist er, da ist er. Ich sneak jetzt. Da ist er, da ist er, da ist er. Komm, ich stehe hinten da lang, falls ich flüchten muss. Ja. Ich sneak jetzt einfach die ganze Zeit. Ach cool, der ist hier in der Mitte drinnen. Hey, Kio, Hilfe. Kiste, 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 hier oben. Ey, hier aufzulenken. Kommt der. Nein, er kommt. Ja. Nein. Okay. Erstmal wieder geflüchtet. Gibt es hier eine Kiste? Weißt du, was scheiße ist, wenn der schon alle Kisten geleert hat und du kein Schwert mehr hast? Das ist aber nicht mehr lustig. Ja, bei mir war es auch nicht lustig. Nein. Er kann trotzdem noch gewinnen. Hoffe ich auch. Ja, wenn es einen Unentschieden gibt, dann gibt es ja dann wenigstens noch weiter. Ich habe meine Blindkanade in den Arsch bekommen. Klar, der sieht mich trotzdem, Alter. Hau den, DTV, hau den. Ja. Nö, zählt nicht. Das zählt nicht, das war ein Hacker. Leute, man kann nicht durch die Blindkanade gucken. Wie kannst du? Durch... ...Plen... ...Granaten gucken. Hä? Man kann nicht durch die Blindkanade gucken. Egal, Leute, wir verlieren trotzdem nicht. Da steht der Gleichstand. So, jetzt muss ich ein bisschen bei mir rummalen. Achso, ich kann nicht mehr. Ich habe meine fünf Runden abgeschlossen. Jetzt kommt deine letzte Runde. Wenn du jetzt gewinnst, hast du komplett gewonnen, ne? Eigentlich hätten wir mal jede Map durchspielen können, ja? Habe ich. Nein, wenn er jetzt gewinnt, dann muss ich eine Strafe machen. Falls du dich nicht überlegt hast. Ich werfe alles in meinen Trink rein, Alter. Ähm, was soll ich spielen? Ja, weil ich schöne Scheiß mit Bray Ryan oder wie er ist. Bray Ryan oder wie er ist. Ich habe sofort angenommen. Ja, 1230 Punkte. Äh, nee, das bist du ja. Wobei ist denn das? Ich kann mal wissen, wie gut er ist. Achso, das steht, wie gut er ist. Nein, ich wollte gerade wissen, wie viel Kielste hat er. Nein, ich wusste, wie gut er ist. Du, ey, wenn du keine Stadt bekommst, dann, ne? Der ist Geld stand, Leute, dann kommt keine Strafe. Ja, ich kenne die mir gar nicht, Alter. Leute, wenn jetzt keiner, äh, wenn Schackers nicht gewinnen, dann kommt irgendwann noch ein paar, wo wir das nochmal machen, aber nicht sind die Kinder, aber zum Beispiel mal Superjump oder Snows, deswegen war es auch ganz lustig, wenn du jetzt ein Unentschieden machen würdest. Superjump oder gar. Ja, das sieht nach einem Unentschieden aus. Meine, bin ich so nicht so gut, aber. Unentschieden gerne ist, dann kommt irgendwann ein nächster Part. Das könnte man wirklich bis Folge 100 machen. Aber die Map ist richtig riesig, ne? Wenn ich mal vorhörte, bis Folge 100 kommt immer ein Unentschieden raus, wäre lustig. Und, gefällt mir. Übelwitzig. Könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wer als, was ihr denkt, wer als nächstes gewinnt bei der nächsten? Na, runter dann. Ey, wenn ich hier reinhauen würde, ich würde ausrasten. Na, dann machst du das. Zehn Beils, dann mach. Der sieht immer noch unentschieden aus. Außer der einen gerade auch noch hat. Ich hab genug Essen, ja, na, dann gewinn ich. Das muss nicht sein. Doch. Da brauchst du nur noch ein paar Meter runterboxen, dann kriegst du auch Fallschaden. Mit Faust bin ich der Beste, das hab ich mir so oft gesagt, wenn es stimmt auch. Guck dir doch mal die Map an, wie soll ich denn da finden? Ja, deswegen hab ich die auch genommen. Ja, super, das kann jetzt nochmal 10 Minuten dauern, Leute. Ist ja nicht so schlimm, wa? Ja, geht doch. Das wird halt mal ein längerer Pause. Ganz lange. Dafür kam ja kein Dual lange mehr. Na, da habt ihr doch noch was zu gucken, falls vorher ins Bett geht. Habt ihr mal was zu schauen. Falls, bevor ihr ins Bett geht? Ich hab morgen keine Nutze vorbein. Egal, morgen Schule, ja. Okay, morgen bis nach 4, dann ist um 4 und dann mach ich irgendwas anderes. Ja, der ist einfach losgelaufen. Das wird scheiß, da kann man trotzdem durchgucken. Ja, der hat nicht durchgeguckt, der ist einfach losgelaufen. Ja, der kann nicht wissen, wo ich dann bin. Scheiß drauf, Mensch, ich ronde von der Map hier. Sag mal, wo ist denn der? Und da war der da bei dir am Spawn. Das soll er doch. Geh ich nie wieder zurück. Ja, ich kenn ihn gar nicht. Ich hab's wieder vergessen, dass er ganz groß war. Da ist er. Der hat aber... Der hat schwach. Ah, der weiß nicht, wo er ist. Werft doch noch einen Bleckranater. Der hat einen Bleckranater werfen. Sag mal, ich wollte gerade sagen... Ey, der ist auch in der Polen, ne? Pass auf. Ja. Oh! Was machst du denn? Einfach alle wegwerfen! Oh, du bist auf dem Dach. Ey, wenn du jetzt nicht... Ja, klar. So ein Hacker, ey, der kann gar nicht wissen, dass du da bist. Genau. Siehst du, das meine ich. Der kann überhaupt nicht wissen, dass du da bist. So unlogisch, alle. So, jetzt hab ich die. Oh, noch klar, ich bin... Hä? Unlogisch, alle. Leute! Hä, so unlogisch, du Bugs, ey. Oh, Alter, der kommt, 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 der kommt. Oh, ich fiel prima mit. Ey, wo ist der? Der gewinnt, weil der Schwert hat. Das ist richtig böse. Aus du pinst jetzt nur eins. Oh, der kommt! Renn doch weg! Werft ihn weg! Mann, kommt die denn an? Oh mein Gott. Ey, der hat immer auch in der Polen, ne? Kann gar nicht sein, ey, der folgt mir hier die ganze Zeit, das geht nicht. Weg! Das ist ein Arschloch, Alter. Und da ist... Ah, was liegt das? Ey, Mann, renn doch mal. Ich renne doch. Arschloch, aber gleich kann ich nicht mehr. Du solltest zwar nicht scha... Na gut, das war's. Hä? Alter, schön bumm. Das war's. Geht doch auf, das war's. Nein, das wollte ich nicht. Na, egal, ja. Ey, du nimmst trotzdem noch. Hast du echt? Ja, du hast neidensatzt. Cool, ich bin auch, es war ungespawnt. Der weiß jetzt, wo du bist. Das heißt, der kommt zurück. Alter, pass auf, ne? Ich hab auch kein Essen mehr. Ich bin vergiftet. Du hast das scheiß Hühnchen. Ich heile auch nicht mehr, ey. Der muss mich nur einmal treffen irgendwie und ich bin weg. Ja, auch mit dem Bogen. Ich weiß. Arschloch. Hä? Ah, klar, Mensch. Kann, muss doch nicht sein, ne? Okay, Leute, dann. War dieser Part ungeschieden. Niemand von uns beiden hat gewonnen. Das war auch mal ganz lustig, ne? Ich hätte eine Fresse. Wäre natürlich lustiger gewesen, wenn einer von uns gewonnen hätte. Lass mich mal wieder ran. Dann werde ich jetzt Verabschiedung 1 machen. Ich habe nur die Fresse, deine Chips. Ja, ja. Ja. So, liebe Leute. So, Leute, ich würde sagen, damit hat niemand gewonnen. Ähm, und, ja, wenn es gefallen hat, dann lasst eine Bewertung da. Abonniert meinen Kanal. Unten ist der Link zu Chakern-Abschreibung. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und dann schreibt mal in die Kommentare, äh, wer, was ihr denkt, wer als nächstes gewinnt. Ob es wieder ein Unentschieden wird. Und, äh, schreibt auf jeden Fall Strafen hin, die wir dann zum Beispiel machen, wenn einer verloren hat. Und dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal. ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.